In meinem Kopf ist zu viel Tränen, mal ganz bunt und streh, mal schwarz und still. Hallo, ich bin die Nicole, ich bin 32 Jahre alt und im richtigen Leben arbeite ich im ökumenischen Migrationsdienst. Im Musical spiele ich Grace, die Pflaumenfrau. Mama sagte, mit dem Kind stimmt was nicht. Ich habe an einer Hauswand einen Zettel gesehen, wo die Ausschreibung war für das Casting für Fade & Failure. Und da es schon immer mein Traum war, einmal in einem Musical mitzuspielen, habe ich mich dann beworben. Bin zum Casting gegangen, habe dort vorgesungen, vorgetanzt, vorgespielt, bin dann bei Fade & Failure gelandet, habe dort mitgemacht und jetzt bin ich bei Lieber ich dabei. Ich kann euch sagen, große Frauen haben es nicht leicht. Ich nehme den Stift in die Zeilenlauf und ich schreib alles auf.